Hallo, seit einer Woche mache ich einen Online-Deutschkurs für Fortgeschrittene von LinguaTV, den ich als Geschenk bekommen habe. Und wissen Sie, ich habe viel Neues über Geschichte Deutschlands erfahren und einige neue Wörter gelernt. Wussten Sie zum Beispiel solche Wörter wie Trabant, Stassi, Ossi, Wessi, Rosinenbomben? Für mich sind diese Wörter neu. Eine Woche lang habe ich Dokumentarfilme über Geschichte von Deutschland gesehen und jetzt verstehe ich, warum die Berliner Mauer errichtet und dann abgebaut worden ist. Das war für mich neu. Man kann sagen, das war für mich neu und sehr interessant. Und ich habe mir einen Überblick über das Leben in der DDR verschaffen. 40 Jahre hat die DDR existiert. Das wusste ich nicht. Ich schäme mich. Also ein Streifzug durch die Geschichte Deutschlands war für mich nützlich. Und was haben Sie gelernt? Tschüss!